So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, denn es ist wieder mal passiert. Das sollte eigentlich gar keine Regelmäßigkeit werden, ich wollte einmal ein Video darüber machen, dass ich einen Account von mir abgelegt habe. Dann kam der große Andrang, jeder wollte plötzlich was haben, da habe ich mich verlocken lassen. Dann habe ich mehreres abgelegt, wollte den letzten Account einfach auch nochmal festhalten als Video, weil ich fand es war interessant auch einfach zu gucken, was der eigentlich so hat, was ich im Laufe der Jahre mal angesammelt hatte, was es da auch durch Zufall gab, gerade aus Raids, hunderter Shinies und so, ist dann immer eine besondere Sache, hunderter Legendäre, Shiny-Legendäre, sowas finde ich immer cool. Jetzt ist es passiert, jemand, der schon mal bei mir was erworben hat, weil ich dem helfen wollte, der wollte noch mehr. Also eigentlich, der letzte war so, dass einer kam, der noch was wollte und jetzt kam wieder einer, der noch was wollte und ich denke mir, okay, 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 es liegt ja eh nur bei mir rum. Eigentlich wollte ich die sechs Roten und die sechs Blauen weg haben, die sechs Gelben behalten, weil das war ja die Iwer-Armee. Mein Haupt-Account ganz früher hieß ja eigentlich Iwer-Scharf, alles klein geschrieben. Irgendwann gab es Iwer-Mild, das war mein kleiner Account. Dann habe ich Iwer-Soft gegründet, Iwer-Kids gegründet, Iwer-Pikant gegründet, erstellt, alles mögliche, das war die Iwer-Armee. Ich hatte mich dann umbenannt in Ramses der Dicke, dann kam Hannes und hat sein Account einfach in Iwer-Scharf 1 umbenannt, mit einem großen A bei Iwer, aber am Anfang, das war nicht ich, das war er. Der wollte den Namen in Ehren halten und dass trotzdem die Iwer-Armee irgendwie noch einen Anführer hat. Jetzt zerstreut sich alles, denn es ist passiert, ich habe mich belatschen lassen, bevor der letzte blaue Account für 50 Euro weggehen konnte, wollte der Kollege etwas mehr. Ich habe gesagt, boah, die Gelben, da gehe ich nicht ran, die kosten 500 Euro. Da habe ich gesagt, einfach nur um die Leute abzuschränken, weil ich die Gelben eigentlich nicht zerstreuen lassen wollte. Aber an sich, wenn ich sechs Gelbe habe, aber nur den einen und den anderen spielt, dann liegen ja trotzdem vier rum, die nichts machen, die keine Funktion haben. Und egal, wie viel Vergangenheit man mit den Accounts hatte, man muss sich einfach lösen. Und deswegen ist auch dieser Account jetzt weg. Und ihr könnt euch den jetzt mal angucken und mir nochmal schreiben, was ihr denkt, für wie viel der verkauft wurde, wie viel ihr für den genommen hättet an meiner Stelle. Und ich sage euch dann, wie viel ich... Es ist auf jeden Fall ein gelber Account von der Aiba-Armee. Es ist der Aiba-Pikant. Der ist auch Level 40. Der ist hier bei 40 Millionen Erfahrungspunkten. Der hat halt auch schon ewig nichts mehr gemacht. Ich muss mal reingucken, wann hat er mal was gemacht? 13. Vierter, Skaraborn gefangen. Wie geht das denn? Ansonsten 17. Vierter, ein Monat davor, gekämpft gegen Habanero Lime. Dann 19. Vierter. Ja, 14. Zweiter, Kubidos. Den habe ich trotzdem als Raid-Unterstützung mal noch rausgeholt. Dann wollte ich Aufgaben in der GBL pushen, aber irgendwie, er liegt halt einfach nur rum. Der hat hier 500 Beutelplatz in der Pokebox. Der hat 1300 Beutelplatz in der Itembox. Der hat hier an einem Showcase teilgenommen. Den hole ich jetzt aber nicht ab. Der hat, was hat er so für Items überhaupt hier drin? Neben ein paar Bällen, die nutzlos sind, hat er noch 39 Geschenke. Das ist sehr schön. Hier 17 Glücks-Eier, 41 Sternstücke, 240 Sonderbonbons, die man noch nutzen kann. 13 Sonder-Candy XL. Wie sieht es aus? 5 Fanrate-Pässe, 18 Premium-Kampf-Pässe. Kann man nutzen. Log-Module, Lade-TMs, hier lauter Entwicklungs-Items. Okay, aber das ist ja jetzt nichts, was irgendwie wertvoll ist. Wie sieht es aus mit Coins? Ich habe bei dem noch nie Coins aufgeladen. Ich habe immer nur auf dem Hauptaccount Coins aufgeladen. Alle anderen Accounts, kleinen Accounts, die ich hatte, habe ich durchs tägliche Arena-Sätzen bestückt und Coins gesammelt. Wenn ich mal einen Shiny-Hunt gemacht habe, habe ich immer zuerst mit den Roden gemacht, bis ich keine Coins mehr hatte. Dann mit den Blauen und dann mit den Gelben. Die Gelben kamen meistens gar nicht zum Einsatz, weil die Roden und die Blauen dann immer schon alles geholt haben. Zum Beispiel Shiny-Shinux, als das frisch rauskam. Also Shiny-Shinux-Raids gemacht. Kam dann, hast du dir rüber getauscht, fertig. Der hat 43.400 Coins. Wie viel ist das denn umgerechnet in Euro? Der wird mit den Coins abgegeben. Der, der den kriegt, der kann damit also brüten. Der kann damit raiden. Der kann damit Eier. Glückseier. Der kann machen, was er will. Das sieht gut aus. Die anderen hatten ja immer so durchschnittlich 35.000 Coins. Der hat 43.000 Coins. Also das ist schon eine Wucht. Und was euch am meisten wohl interessiert, sind die Pokémon. Der hat ja nur 500 Pokémon drauf. Soll man mal direkt auf 4 Sterne gehen. Was der für 100%ige Pokémon jetzt hier drauf hat. Hier sieht man einen Bisa-Flor. Hier sieht man Macholo. Mehrere Hunderter. Machomai, mehrere Hunderter. Mein Ziel war bei den Gelben immer eine Hunderter-Armee. Sechs Stück ranzuziehen. Weil das das nützlichste, beste Pokémon mit ist. Man kann ja mal ganz kurz gucken. Der hat auch fast 5 Millionen Staub noch drauf. Kann man also auch einiges noch mitmachen. Dann hat er hier 100er Rihorn. 100er Garados. Zweimal. 100er Relaxo. Wir haben 100% Entei. Der muss ja aus einem Raid sein. Der ist auch von 2019. 100% Entei ist hier drauf. Kann man mitmachen, was man möchte. 14.07.2019. Despoda 400er. Sumpex 100%. Müsste eigentlich auch mit Sieder-Attacke sein. Ne, der hat Erdbeben. Ich nehme alles zurück. Hier. Garadawa 100%. Kindwurm 100%. Scheinux 100%. Scheini aus Frankenberg. Eder Chessen. 100% Scheini Scheinux. Auf dem Account drauf. Dann habt ihr hier Rosarade. Ihr habt hier Kok. Koknodon. Ihr habt da Knack Rax. Ihr habt nochmal Rehon Jors. Hier ist Palkia mit drin. Das ist wieder cool, weil ist ja Zufall. Deswegen sage ich ja, wilde 100er, die kann man ja manipulieren. Aber 100%ige aus dem Raid finde ich immer besonders. Der 16.08.21 Röhmhild. 3877. Ist hier auch mit drauf. Hier ist Roto-Murf, Lada-Nektor und ein Terrakium. Vom 22.05.2020. Auch Röhmhild. Ein 100% Scheini Terrakium. Das ist so alt. Das ist vier Jahre her. Das war noch Legit-Zeiten sogar. Weil die Accounts haben normal angefangen. Und irgendwann hat man halt sich verleiten lassen, ein paar Hunderter drauf zu sammeln. Mit denen man mal was machen kann, wo der Account stärker ist. Aber Raid-Shinies sind trotzdem immer random gekommen. Raid-Hunderter sind random gekommen. Das fand ich trotzdem besonders. Gerade diese 100%igen Shinies, wie das Shiny Mewtwo in 100%. Auf dem letzten Video-Account, den wir euch mal gezeigt haben. Ist krass. Terrakium ist auch cool. Mewtwo müsste stärker sein. Aber wer hat ein 100%iges Terrakium-Dings? Rumfliegen. Shinies. 43 Shinies. Das klingt jetzt nicht viel. Aber was hat er an Shinies da? Vieles aus der Kando-Region. Labras kann von einem Raid-Day sein. Er hat hier Arctos, Suikun, Ho-Oh. Hat er dabei auch als legendäre Shinies. Da ist Regirock. Kyokre ist drauf. Raikwaser ist noch drauf. Kann man sich, wie gesagt, rübertauschen. Tobutz. Hedren. Mehrere Regigigas. Giratina. Grysilia. Wasak-Wiel vom Raid-Day. Da hat Bubsi, glaube ich, gespielt. Voltolos Genesäck. Genesäck kannst du nicht tauschen an Nego. Und Meltan. Meltan müsste auch noch gut sein, weil den gibt es ja nicht immer. Den gibt es ja nur ab und zu. Und wer das Event gespielt hat, dann hat sich den gewohlt. Der hat halt Glück gehabt. Der Rest muss immer warten, bis das Event kommt. Dann kann man auch wieder Meltan bekommen. Also Meltan müsste ganz cool sein. Für wie viel hat man den Account jetzt angeboten? Wenn ich so einen läppigen, roten und blauen läppisch für 50 Euro verkauft habe, habe ich so einen Account für 100 Euro verkauft. Einfach nur, weil ich den nicht verkaufen wollte. Aber weil die Leute bedrängen dich. Die Leute, du kannst dir das nicht vorstellen. Man hätte ja auch einfach die Accounts bei Ebay Kleinanzeigen reingestellen können oder Ebay für viel teuer Preis und dann gingen die weg. Aber mich schreiben die Leute von sich aus an und fragen, hast du vielleicht was für mich? Und ich kam zu dem Entschluss, weil ich das Geld an anderer Stelle investieren möchte, dass ich halt die Accounts, die sowieso nur rumliegen, jetzt einfach weggebe. Aber nicht verschenke, weil da kann ja jeder kommen. Jemand, der mir dafür noch was gibt, tut mir einen Gefallen, ich tue ihm einen Gefallen. Ich will daran nicht groß verdienen, aber es war alles nicht umsonst. Aber man lässt los. Man lässt los. Man ist nicht mehr so komplett süchtig. Man macht noch was. Ist bestimmt unterm Wert, denke ich mal. Deswegen schreibt ihr mal rein, was ihr sagt. Wie viel hättet ihr verlangt, wenn das euer Account wäre? Findet ihr 100 ist okay oder ist zu viel, ist zu wenig? Schreibt es mal rein. Das war der Ayva Picant. Der ist jetzt auch fort der Arme. Oh mein Gott. Wie ich habe Habanero, ich habe Samyang Bulldark. Das ist eigentlich die zwei, um die dreht sich, um die soll sich alles drehen. Der Rest ist jetzt wurscht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.